Hi ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, im Moment ist ja Bärlauchzeit und die müssen wir unbedingt ausnutzen, um eine leckere Bärlauchsuppe zuzubereiten. Ich habe dafür ein super einfaches und schnelles Rezept und ich zeige euch jetzt Schritt für Schritt, wie das gemacht wird. Los geht's wie immer mit den Zutaten. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Wir benötigen frischen Bärlauch in groben Stücken, Gemüsebrühenpulver, Kartoffeln in Stücke geschnitten, etwas Butter oder Margarine, Zwiebel, Sahne, alternativ habe ich jetzt hier eine Sojasahne, dann benötigen wir Pfeffer, Salz und Muskatnuss. Wir beginnen mit der Zwiebel, die wir jetzt zerkleinern werden, für 3 Sekunden auf der Stufe 5. Mit dem Spatel einmal kurz alles vom Rand lösen, die Butter dazugeben und für 3 Minuten bei 120 Grad bzw. Varoma auf der Stufe 2 andünsten. Dann geben wir jetzt hier die Gemüsebrühe dazu und lassen diese für 5 Minuten aufkochen bei 100 Grad und der Stufe 2. Jetzt darf der frische Bärlauch dazu und auch die Kartoffeln. Das kochen wir jetzt weiterhin für 20 Minuten bei 100 Grad und der Stufe 1. Dann darf jetzt die Sahne dazu und auch die Gewürze. Dann müssen wir nur noch das Ganze pürieren für 20 Sekunden auf der Stufe 6 bis 8. Ich schalte da immer nach und nach etwas weiter nach oben. Und dann ist die Suppe auch schon fertig. Sie kann jetzt serviert werden. Wenn ich euch nun Appetit gemacht habe, die Suppe mal selbst nachzumachen, dann schaut mir immer auf meiner Seite www.warnixküche.de vorbei. Dort könnt ihr das ganze Rezept nochmal nachlesen. Und wenn euch mein Rezept und Video gefallen hat, vergesst nicht, auf den Daumen nach oben zu klicken. Schreibt mir gerne einen Kommentar, wie die Suppe euch geschmeckt hat. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao, eure Vanni.